hallo ich bin von der polizei mein name ist du neff ja ich bin von weiß nicht bin vom bus brauchen sie einen bus ja super nee ich brauche keinen bus ich wollte ihnen einen schönen tag wünschen haben sie noch einen schönen tag also ja ja wünschen auch sie brauchen doch einen bus ich wollte sie eigentlich nicht aufhalten entschuldigung die ampel ist rot also sie wollen mich provozieren dass ich bei rot rüberfahre und sie mir da ein ticket geben können ne nein ich wollte ja ja natürlich ich sehe schon den kollegen geht doch schon in stellung da der will mich gleich täsern das wollen die alle aber ich will das nicht ich wollte ihnen nur einen schönen tag wünschen ach so wollte ich nicht naja ok ich ja ne also einfach lass mich auch nicht reinlegen ich täsere keinen ja ok jetzt geh ich nicht vorhin nein ok das also noch fahrer gefahren ja ok das war noch gelb ich glaub die polizei hat gerade langweilig was war das denn ich schreien sie denn da sind sie rum hat noch nie nen bus gesehen ja ich wollte sie auch mitnehmen notfalls naja laufen wir uns das war ich weiß nicht was das so gerade war aber die polizei auch die polizei